ich hab schon mal würde ich mich auch mal freuen aber hier letzter musste ich mal ein bisschen mehr anstrengen nicht in dem spiel lohnt sich nicht mehr ne guck mal ich schaff es noch nicht mein ziel oder das ist das schlimmste noch nicht kommt noch mehr trainieren wir spielen fast jeden tag spiele ist ja so alles klar mojo kein problem bei mir heißt du bitte sports furor auf der farben der match und diesmal nur nur fest mache ich mache ich aber dafür nur fest kann ich nicht ich kann nur die feste waffe die die festgelegt ist also leider immer gefechtspistole acht leute sind für den staatlich direkt nicht dass man heute kommt balko herzlich willkommen zurück jetzt hätte es mit spielen können weil du bist ein bisschen zu spät jetzt spielen wir das match hier schade hätten wir wieder auf den sack gekriegt ab wie trainieren werde ich jeden tag richtig ich spiel jetzt auch mal einen third person sowie damals ich hoffe ich krieg das denn oder manu herzlich willkommen zurück manu einfach in der nähe von king bleiben der macht nie was mal alles nachmachen genau 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 wenn er sich rollt mit rollen da rollt er wollen jetzt wieder ein lauf das eine ich hab sie angeschossen ich krieg die ganzes magazin mehr als meine ex freundin alter und schießt mich ab legt mir die füße alter echt ohne witz du bist ein guter spargelersatz heute echt gut spargel kann keiner setzen aber andere schluckte als sonst was das doppelte von meiner ex freundin wenn es überhaupt reich ich weiß nicht bald ob noch ein das match kommt das kann ich dir leider nicht beantworten ich habe feste schule an ich bin gerade mal 52 so und ich habe das spiel von anfang an seitdem es draußen ist das ist wenn du ein von uns tötest nicht hochklettern was macht er denn ich will doch nicht hochklettern vor allem ich will mich rollen was macht er klettern das mal hoch unmöglich aber so eine stange ich sag doch nur die wahrheit gut das spiel ist einfach nur wo ist denn dem zaun oder was abmahnung würde ich sagen das gibt es nicht das spiel ist so kacke ja na klar servus marvin der loop hat mich getötet was hast du denn für eine aufgabe für mich die würde mich ja mal interessieren ich habe eine niederlagenserie ihr habt eine aufgabe auf mich ok von hinten von hinten von innen von der seite von überall ich wusste nicht ob ich mich konzentrieren soll überhaupt nein was wärst du geförmig wenn war der durchschirm weg ja steckte sich hinterbauen ja headshot ping ping oh what the fuck der ball ist alle auf mich auf der mei das war teamarbeit um allerfeinsten oh das war es schon ja oh das war es schon ja gut die wertvollste spieler glückwunsch glückwunsch ja hau einfach raus erledige einen spieler im nahekampf scheiße ich hätte Jey am Messer müssen ja dafür rennst du vor mich und ich hau dir meinen Knauf genau in die Fresse alter war da hab ich ein blaues Auge ey ey wofür hat's Maul ist doch so Marvin morgen weiß ich es nicht erder morgen abend geh ich wahrscheinlich ins Kino wenn alles gut läuft und streamste da halt einfach und die kriegt 16 Punkte aus dem Kino raus ja ich werd da eh glaub ich ziemlich schnell wieder rausfliegen so weil das was ich bis jetzt über Jurassic World gehört hab soll nicht gerade so prickelnd sein und ja Mercedes 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 klar nochmal ein lass die Zeit nochmal ablaufen hab ich jetzt gerade irgendwas falsch verstanden wie falsch verstanden wie falsch verstanden neilthorben einflut nächster Film nicht so gut oder was Leo the Shadow hey hi grüß dich willkommen stream oh oh 4 GB runtergeladen läuft bei mir echt ich hab immer gucken von wie viel waren das 16 oder was war das ich hab 3 mal kurz bevor du startest Alter ich bin gleich wieder da wie viel hast du 48 Sekunden hast du 48 Sekunden hast du 3 oder 13 3 oder 13 3 1 halb achso ok im Kino streamen auf der Leinwand sagt der Mojo ja Juhuti ich spiele ich quatsch nebenbei ich hab das iPad im Internet nebenbei ist meine Ex noch hinter mir im Internet also bei mir wird die Leitung nochmal halbiert ui 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 Entschuldigung Manu kommst du auch dazu? Manu 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 ist grad nicht da mir gehts gut Leo und wie gehts dir? Manu is not available please call later later please leave a Rachel for after the baby jetzt gehts los und Anne fällt runter Anne sieht cool aus wie du rumstrampelst ja ja du auch so da bin ich wieder wenn du mir fallst fall ich auch ob das meine Traumfrau ist die ich da grade spiele ähm nein definitiv nicht ähm ja wie Kino also wie gesagt es steht noch nicht fest weil ähm weil ich seh nichts ja komm oh Fafdi ich auch nicht was taffer wird da gehts nicht so gut die ist ein bisschen krank und deswegen siehts eher mau aus aber Dave ich seh nicht geh weg hier Moing ich denke eher dass das auf jeden Fall was klappen wird weil da gehts sogar gar nicht mit der Fieber und so Fafdi nein oh Alter was das für ein Scheiß ich folge nur Leuten die ich auch wirklich gucke da müsste ich erstmal gucken was da so streams Leo aber das dachte ich bin fucking nicht ah das ist nicht so einfach irgendwie muss ich das von vorne machen ok ja aber ich kenn keinen Zungenbrecher so also keinen der irgendwie gut ist jetzt drehe dich doch um genau eben da hätte ich auch ne blödes Auto oh 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 die Landungen sind irgendwie immer scheiße ja man kriegt das Auto so schnell gar nicht rumgedreht irgendwie okay gut hm ja ja das fluchtet halt schreiten wir mal den Zungenbrecher auf Alter dann sage ich den auf jetzt mache ich kein Ding oh man lecken wir doch die Tischen macht euch nichts draus Alter ich bin immer noch Letzter hm ok das stimmt bin ich ja beruhigt ja aber ich eh ja aber ich oh Fafdi nein jea als erster steht da nein ich war zwischenzeitlich mal erster ja komm ja ich auch ich ja ich ich kann euch nicht drauf sagen wenn euch das so ist jawoll ich häng ich helte ich helte sagen dass du den Zauberlehrling aufsagst ey wieso kriegt man hier so nen blöden in respawn wo man noch anderen aufnehmen muss ja verstehe ich nur nicht ja jah das ist ein Tick wir jetzt wenn die Saison hier zu Ende ist denke ich eh dass ich lieber zu Minecraft gehen werde also von daher kann ich dir auch dann die aufgabe geben beziehungsweise kannst du dann voll entschuldige mojo den beiden mann rein bitte ich muss gas geben wieder dann kriege ich mich nicht richtig gedreht das haben wir noch nicht getestet das habe ich heute noch untergeladen eins von den meisten von den meistgespielten in den letzten sieben tagen können wir mich dann einladen die füße hallo anaconda 242 haben wir kommen im stream wie geht's machen wir morgen den kann ich nicht den kann ich nicht auch sagen beim fahren aber das geht nicht das ist nicht machbar mannsweiber übernachten bei zehn konstantinopulotanischen alter was dudelsack pfeifenmacher hergestellten leck mir doch den bucke wenn du mir folgst folge ich auch leo es kommt ganz drauf an was du machst ich folge nur leuten jetzt aber die wo das du mir gefällt also von daher ist es eine sache so ich folge wirklich halt mit den leuten wo es mir spaß macht den leuten zuzugucken wie dave zum beispiel oder so ja mann deswegen hat er ja auch damals hat kein follow von mir bekommen weil er halt das nicht so gepackt hat jetzt kommt dass man gta rein leute ja geil jetzt werde ich erster oder so na dann cool ja das war ja ich habe gesagt ich komme reingucken und von daher also mir hat das gefallen wie du es von deiner art her deswegen habe ich gesagt gebe ich dir auch ein follow so von daher alles bestens man ja mojo danke das darf nur ich ich bin vorletzt ich habe auch ich hätte vollkommen überholt dremmungslos ohne haftbomben oder ja ich schub sie mal mit an wer ist das an aber richtig mies tage 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 was laberst du ja eben warst du nicht da mann ich hatte die uns nicht ganz wurde gehabt ja da vergisst es den sag ich nicht auf werden packe ich nicht null glückwunsch gewinnen der spiel ist ja noch nicht aber fast ich habe verkackt aber du sagst du bist das sind nur 30 punkte wäre es nicht alleine nur das ist so manu einladen fertig rein aus so dann komme ich auch mal rein schon gebe ich dir mal ein paar zungenbrecher da verkackst du hast seine bekommen ist klar weil ich zeit läuft ab angenommen danach nur noch zwei jobs sondern haben wir heute läuft dann läuft ins team noch flüssiger als letztes mal zu minecraft gestreamt ist meine echt wieso lief er letzt mal nicht flüssig denn jetzt gestoppt die ganze zeit bei dir bei dem stream oder wo ich bläse besucht hat teilweise echt richtig gestoppt kommt wieder einer von der ccc crew die weg weg weitt weg weg sowieso also los einschauen der motto start damit besuchen hier hat er kurz an ich habe den den befehl habe ich auch gemacht hier sind die verbrecher alles unit ja sehr gut so haben wir da kein problem was ziehen wir dann jetzt schön ist hier aktuell du hast echt eine versus mission eingepackt ja muss auch mal sein zielerfassung ist auch eine versus mission was muss machen das wird schon lange zeigte mussten zwischen töten stil das beweismaterial okay wir müssen wir müssen beweismaterial stehen anna ich wollte zum brecher reinschreiben und der schweiß mich raus ja nur pistole war für den caps geschrieben hast was hast du gegeben hat die tür aufgelassen ich hab kopiert und einfühlt ja das kannst du nicht links sind raus ich will liegen das war ja kein link link es war kein link was dann ein normaler oder zelda ok ja dann keine ahnung scheiß breit ich glaube das ist gut jo wo wer fährt denn hier da kommen sie schon vorsicht wer fährt denn da raus 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 schießt doch ein habe ich habe noch einen ich habe noch einen ja habt ihr den oh ist noch polizei ich habe die tasche hier rein hier rein hier rein hier rein hier ja ja ich habe doch schon auto ist egal was gehen wir müssen los oh fuck alter rückwärts 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 wir müssen die kopf erst abschütteln was das wird scheiß wieso muss man erst die kopf abschütteln hast du gesehen wo das ziel ist nachher ich sehe das ziel ich sehe das hier das ist hinten hinten links wie soll man denn die kopf abschütteln wenn wir gegner haben anrufen kann wir fahren besten unten links rein ja mache ich jetzt auch die anderen hören wir haben keine sterne müssen wir raus kommen wieder scheiß platten der nimmt uns speed weg vorsicht händen ist und seine schießt wir haben wieder holen fangen hast du sie markiert wurde wir müssen na du bist tot fuck aber du bist das einsam ach doch habe ich ja ich habe es ich habe ich habe es ich habe es mitten auf autobahn und ich bin tot ich bin tot ich bin tot haben wir respawn ja haben wir okay ich habe noch gar nichts gemacht auf den sieben robbenklippen sitzen sieben robben sieppen die sich in den ritten stücken ach die sich in die rippen stücken steigern 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 vorsicht manu fahr uns nicht über king coach war noch einsteigen der weg ja ja ich fallen gas geben kurz vor schluss ruft du da noch mal ein bester nicht doch ging 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 ja ach du wirst ich kann ihn mir anrufen ich habe gerade anrufen gehabt dann müssen wir die so abhängen und uns verteidigen wir sind da hinter mir vor euch ich muss mal dabei die verlusten warte mal wenn ihr bei mir einstecken und ich habe auch los oder gerade war da kriegen die gleich halte nur unsere gegner auf irgendwie ich sterbe mal ja das klar halt die gegner mal versucht die aufzuhalten nix 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 da ist sogar ein polizei helikopter what the fuck ja ich habe drei sterne ja 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 da kommt noch einer mit reichen ich würde ja sagen steig ein aber ich habe gerade keine sterne aber das halte die reichen guck mal ich versuche leider der jahr schafft es noch nicht mal mich zu töten oh das ruckelt mega jetzt ramm ich die bullen aber ich habe keinen stern ich schieb doch nicht ich könnte echt noch mal das auto rüber oh wieso kommt man hier nicht rüber 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 ja mann ja unit oh alter die haben schon auf mich geschossen ich dachte ich komme nicht mehr weg okay doch doch oh meine pumpe bei wersos mission kriege ich wand fand ich gut verlieren mögen es nicht ich weiß nicht ich habe ja du bist